Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink-Badween-Worlds-Randomizer. Es geht wieder weiter. Ähm, im letzten Part sind wir sehr gut vorangekommen. Also wir haben tatsächlich jetzt endlich mal, ähm, zwei Dungeons erledigt. Und das in einer Folge, verdammt nochmal. Also, ich bin richtig begeistert von uns. Ähm, und habe heute das Ziel, dass wir uns oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke, noch ein bisschen umschauen. Denn ich habe da erstmal noch in Erinnerung, dass da ein paar Mai-Mais rumlagen. Guck mal, da ist auch eins. Kann man eigentlich auch direkt mal reinspringen, aber... Ich hätte mich aber hinteleportieren können, theoretisch. So, nehmt mit. Auch leider wieder nur ein Mama-Mai. Ein normales Standard-Mai-Mai. Hier können wir auch drunter durchtauchen, sehr gut. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch Schönes finden. Hm, ich dachte eigentlich, dass wir hier... Guck mal, da haben wir auch eine sprengbare Wand. Hier gucken wir uns gleich an. Hoffe ich zumindest. Ähm, bam, bam. So, und dann... Wo war's bei denen hier? Oh nein, ich dachte schon. Oh, da ist das nächste Master-Erz. Ah, geil. Das ist doch das letzte, oder? Ja. Maximum Master-Erz erreicht. Oh. Du Penner. Ist da ein Schatten? Also, ein Riss? Ein Riss in eine andere Welt? Ist da zufällig ein Riss in die andere Welt? Ob ich das richtig gesehen habe. Guck mal, das hier sieht auch sehr auffällig aus. Kann man hier eine Bombe legen. Items. Äh, Bombe. Zack. Und... Zeig mal her, ob hier was ist. Nö. Okay, ich finde das sah sehr auffällig aus hier. Und ich fand, da ist auch ein Riss. Ähm. Gucken wir uns gleich nochmal an. Da ist noch eine Höhle auf jeden Fall. Da gehen wir nochmal kurz rein. Gleich geht's weiter, Leute. Oh, ein Herzteil, oder? Mein, mein. Ah, ja, nicht markieren. Nicht markieren. Zack. Okay, haben wir das schon mal gemacht? Wir haben... Wir haben jetzt alle vier Kristalle. Wie geil ist das denn, Alter? Das heißt, wir können uns... Ja, das letzte Upgrade abholen, in Anführungsstrichen. Hier war nix weiter, ne? Das war nur eine Lücke. Da gehen wir aber nachher auch noch rüber. Und wie gesagt, da oben war auf jeden Fall auch noch was zu holen. Machen wir gleich. Ich will nur mal ganz kurz hier auschecken. Kann man... Da ist ein Riss, ne? Ja. Okay, was bringt mir das in den Riss zu gehen? Außer, dass ich dann in der Schattenwelt bin. Komme ich da irgendwie specialmäßig jetzt noch irgendwo hin? Ich habe auf jeden Fall schon mein Mal wieder gehört. Und ich gehe direkt mal runter. Da-da. So, zack. Und... Richtig schöner Haufen Kohle. Ich habe jetzt auch über 3000 Rubine. Ich könnte mal bei der Feenquelle vorbeigehen. Wo ihr mir gesagt habt, die ist ja... Hier ist nix weiter. Hilfe. Ähm, die ist ja neben dem Bombenladen, ne? Habt ihr, glaube ich, gesagt. Papaparapa. Mamamamama. So, jetzt sind wir in der Schattenwelt. Juhu. Ist das gut? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube nicht. Aber wir haben einen Riss gefunden und der wurde auf der Karte markiert. Das ist doch... ganz cool. So, hier ist nix weiter. Ich denke mal, da ist auch kein Maimai drin, sonst hätte er ja... gefiepst. Hier ist sonst noch irgendwas. Ich glaube, ansonsten sind wir hier auf der Seite erstmal fertig. Hier dürfte ja auch nix mehr sein, oder? Ich glaube, hier sind wir auch schon mal durchgerannt. Ich meine, das Ding haben wir aktiviert. Ja, ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Dann einmal wieder zurück in die Schattenwelt. Äh, ich weiß gar nicht. Wollen wir mal die Kristalle abgeben? Ich warte, glaube ich, noch kurz. Ähm. Ich mache jetzt erstmal hier drüben die Seite fertig. Keine Sorge, die Höhle habe ich nicht vergessen. Die machen wir gleich noch. Es gibt viel zu tun. Es gibt viele Dinge zu machen und zu tun und zu haben. Hier drinnen zum Beispiel. Was können wir hier machen? Könnten wir uns ein Tränkchen kaufen? Soll ich mal was kaufen? Hast du eigentlich auch irgendeine Quest für uns? Just hello, I want to buy. Okay, der erklärt zu uns die ganzen Potions und wie ich kaufe. Sonst noch irgendwelche Infos? Selling Style. Ich kann verkaufen? Ach ja, komm. Wusste ich gar nicht mehr. Dass man ja auch Sachen verkaufen kann. Sag ich dir mal Hallo? Okay. Und die hat mich aufgeladen. Och, nett. Ja, kaufen muss ich jetzt nix. Ich weiß nicht, ob man bei der noch irgendwas kriegen kann. Andersweitig. Ob der noch eine Quest hat. Och, ist schon lange her, Leute. Haben wir hier noch was? Höchstens in der Schattenwelt. Ist da was in der Schattenwelt? Nee, 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 nee. Mal kurz gucken. Okay, da oben. Warte mal, da oben. Der Open ist was. Vielleicht. Ich muss mal ein paar Bomben hinlegen. Alter. Komische Geräusche. Okay, wieder ein normales Mai-Mai, leider. Nur. Ansonsten... Können wir noch da hoch irgendwie? Ich muss mal kurz meine... Energie, Mana, whatever. Bisschen auffüllen. Na, 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 na. So, zack. Na, 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 na. Bam, 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 so. Alter, alter. Ich erinnere mich. Hier waren wir noch gar nicht. Ich erinnere mich nicht. Wieso, die alle töten? Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall my, my. Zack. 20 Rubine. Holla, die Waldfee. Kriege ich was, wenn ich die alle... Ja, ich kriege irgendwas, wenn ich die alle töte, ne? Warte mal. Ich erinnere mich, ich spüre daran. Dass man da irgendwas bekommt. Wenn man die alle tötet. So. Alter. Ihr seid aber auch nervig. Der Penner. Zack. Bam. Bam. Jetzt hab ich mit mir Fangspielen, ne? Du willst. Zack. Nix da. Komm her. Bam. Das sind gar nicht mehr so viele. Mir ist aber so, als ob man da was bekommt, wenn man die alle tötet. Deswegen versuchen wir das jetzt mal kurz. Wahnsinn. Ist das der letzte? Ne. Bei weitem noch nicht der letzte. Es ist, glaube ich, viel leichter, die zu töten, wenn die, wenn man einen Bogen oder so hat. Aber trotzdem nicht unmöglich. Wir versuchen es mal ganz kurz. Ich hab das so irgendwie in den Hintergedanken. dass irgendwas passiert ist, wenn man die alle tötet. Aua. Jo. Eine Schatzkiste. Wo ist die's doch? Also ist jetzt nicht so krass, dass ich jetzt sag, ah ja, genau, geil. Aber ich meine, da kann ja trotzdem was drin sein. Was ich gebrauchen kann. Oder? Nämlich ein Mai Mai. Mal wieder. Alter. Man wird hier echt zugeschissen mit Mai Mai's. Ne? Das ist ganz schön übertrieben. Aber gut. Wir kommen voran. Es, äh, wird langsam. Irgendwann gibt's keine Mai Mai's mehr. Und dann, äh, ja, dann ist halt die Frage, wie, ne? So, warte mal. Ich hab doch... Hier. Ich muss in den Riss wieder rein. So. Jetzt geht erstmal wieder in der Lichtwelt weiter. In Nicht-Lorule. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein Mai Mai zu holen oder so. Bin ich mir fast sicher. D-d-d-d-d-d-d. Und bestimmt können wir hier auch noch irgendwas sprengen. Guck mal, hier ist schon mal Geld. Und Mai Mai. Zack. Und ein Herzcontainer. Nice. So, genau. Und hier war nur noch die Höhle. Und das Ding hab ich noch nicht für sie, ne? Wäre mir zumindest neu, dass ich das hab. Nö, das GEM hab ich nicht. Das heißt, das müssen wir auch noch irgendwo finden, ne? Aber das ist hier auch gar nicht in dem Tracker verzeichnet, oder? Das GEM. Sieht mir zumindest nicht so aus, als ob das hier irgendwo... Alter, ich kann hier auch Wiener farmen, oder was? Hier ist mal ein Zwacken. Okay. Aber das soll mir erstmal so reichen. Hier. Sieht so ein bisschen auffällig aus, aber ich glaub eigentlich nicht. Wir haben noch so einen komischen Brief. Was ist denn... Wenn ich das mal lese? Äh... Okay, irgendwas beim Bild. Wenn I lost my crib and fell and shot myself. Ah, okay. Ich muss dem irgendwas... Da stand noch was mit Milch. Warte mal. Äh... Okay. Okay. Okay, der sitzt irgendwo bei den Bergen fest. Ich erinnere mich düster. Und der will gerne eine Premium Milch haben. Von der Milch Bar. Das ist ein Kerl, oder? Will der einfach Premium Milch haben. Tadä... Tadä... Aber hier sind wir jetzt erstmal so weit durch. Glaub ich. Aua. Und jetzt können wir erstmal hier weitermachen. So. Close. Zack. Bapapa. Äh... Das hier kann ich übrigens entfernen auf der Karte. Nicht versetzen. Entfernen. Genauso wie das. Das entferne ich jetzt auch. Ach, Mann. Ich renne erstmal rein. Jetzt kann ich auf die Karte nicht zugreifen, oder? Doch. Mach weg hier. Hallo. Remove. Zack. Okay. Wir haben hier mal wieder sowas. Da oben ist noch ein Schalter. Okay. Da muss ich durch den Schlitz durch. Machen wir mal eben. Und hier kann ich... Jetzt wieder auf der anderen Seite. Aber da ist ne... Da geht's hoch. Okay. Warte, warte, warte. Ich hol mir mal kurz die 20 Rubine. Zack. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Okay. Dann holen wir hier erstmal Mana Potion. Warum auch immer. Hä? Nochmal 20 Rubine? Weil hier ist wieder ein Schlitzel. So, dann kann ich hier erstmal Herzchen sammeln. Kriegt mir das noch irgendwas? Komme ich irgendwo hin? Ne. Ganz schnell wieder zurück. So, zack. Kurz Mana regenerieren. Dann muss ich da lang. Ja. Ne, warte. Oder von der Seite. Oh, oh. Oh. Okay. Das hat mal. Jetzt muss ich hier rüber irgendwie. Ne, ne, wo? Oh Gott. So, jetzt bin ich hier. Und kann schon mal einen Schalter aktivieren. So, jetzt muss ich wieder zurück. Oder? Äh. Oh, verwirrt. Ich könnte jetzt an das Ding rangehen, ne? Warte, warte, warte. Ich lade nochmal kurz auf. So. Ich kann jetzt an den rangehen und dann? Bin ich, hä? Was bringt mir das? Ich muss da irgendwie obendrauf kommen. Äh. Hmm. Ich habe auch gar nicht gesehen, was obendrauf liegt. Was ist denn da eigentlich? Was bekommen wir hier als Belohnung? Also das Ding wurde jetzt aktiviert. Aber wir müssen jetzt irgendwie... Ah, okay. Verstehe. Ah. Okay, warte, warte, warte. Ich glaube... Also normalerweise mit einem Schwert, klar. Ist logisch. Aber... Dann müssen wir es halt so machen. Jetzt bewegt sich links und rechts hier nochmal jeweils so ein Ding. Da komme ich jetzt wieder... Irgendwie höher. Mana. Auf der anderen Seite ist es nochmal dasselbe, schätze ich. Ja. Und hier komme ich jetzt... Jetzt komme ich von hier oben da oben auf das Ding drauf. Ne? Dann kann ich rüberfahren. Okay. Dann haben wir das Rätsel gelöst. Alles klar. Kriegen hier nochmal ein bisschen Kohle. Zack. Und kriegen hier eine schöne Schatzkiste. Mit hoffentlich was randomisierten... Shit. 50 Rubine. Schon trauche ich eigentlich dafür. Naja. Man kann hier alles haben. Okay. Ich hol mir hier das Geld noch ab. Also 50 Rubine für das? War das jetzt random? Wäre da eigentlich was anderes drin gewesen? Bestimmt, oder? Weil 50 Rubine hätte ich dafür... Das war schon ganz schön... Ein ganz schöner Akt, muss ich sagen. Für 50 Rubine. Hätte ich jetzt so nicht genommen. Hätte ich so nicht unterschrieben. So. Ähm. Ich weiß, hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun. Und zwar... Genau. Müssen wir glaube ich jetzt hier mal in die Schattenwelt reingehen. Weil in der Schattenwelt... Kann man da oben glaube ich was wegsprengen. Oder kann man hier was wegsprengen. Allgemein. Und dann kommt man auch an das Mai-Mai ran. Und ich glaube so kommt man auch hier... In der Schattenwelt dann an die Schatzkisten. Bin aber nicht 100% nicht mehr sicher. Ich gehe auf jeden Fall mal kurz in die Schattenwelt. Bisschen Zeit haben wir noch. So. Hab ich hier schon mal die Fackel angezündet? Warum ist hier so dunkel? Was soll das? Was soll das? Darkness. So. Hier komme ich ja nicht lang, ne? Ne. Das funktioniert so nicht. Da könnte ich lang latschen. Das bringt mich aber nur... Geringfügig weiter. Hier kann ich ja lang, ne? Aber ich müsste quasi eine Etage weiter oben sein. Genau. Das glaube ich. Kriegen wir irgendwie mit der Höhle hin. Ich glaube, da ist ein Höhleneingang. I guess. Der hier so von rechts kommt. Das da. Ist das möglich? Dass das der Höhleneingang ist? So. Zack. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Weil... Pola gibt ja auch keinen Sinn. Es sei denn, hier ist vielleicht noch was. Ist aber nicht. Äh. Komm hier irgendwie noch rein. Nö. Oder halt durch einen unterirdischen Pfad hier auf dem Friedhof. Egal. Wir gehen erst mal ganz kurz hier rein. Ich will mal kurz gucken, was hier in der Höhle ist. Und dann ist auch der gleich... Ja, gleich ist die Folge auch wieder rum. So. Einmal können wir uns ein Maimai holen. Und einmal eine Höhle. Mit einem Herz. Ah. Mit dem Ruckshot. Jawohl. Das bringt mir schon mal ein bisschen mehr jetzt. Äh. Schön. Items. Ruckshot. Damit kann man doch auch Gegner angreifen, oder? Und Schaden machen. Ah. Wundervoll. So. Zack. Und nochmal 300 Rubine. Und nochmal 300 Rubine. Bahn in die Bang. Und lass mal gucken. Shit. Der Stunt nur. Aber vielleicht geht das mit der Erweiterung. Vielleicht kann die Erweiterung Schaden machen. Okay. Aber wie kommt man da rein? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ihr habt es mir vielleicht schon mal in den Kommentaren geschrieben, weil... Ich war ja hier schon mal vor einigen Folgen. Aber zu dem Zeitpunkt... Also jetzt zu dem... Zeitpunkt... Hab ich das... Äh... Tatsächlich nur nicht gelesen. Wahrscheinlich. Aktuell ist glaube ich Folge... Folge 4 oder so veröffentlicht worden. Tiddle. Pa, 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 pa. Okay. Das geht auch. Wir haben schön viel Geld, ne? Mittlerweile. Ist schon ein bisschen was zusammengekommen jetzt. Ja, guck mal. Ich glaube, da kann man rauskommen, ne? Das ergibt Sinn. Das heißt, ich muss jetzt hier auf dem Friedhof irgendwie... Wahrscheinlich... Einen Eingang freilegen. Das würde, glaube ich, Sinn ergeben. Falls das funktionieren sollte. Boris. Äh. Ah. Ah, ich glaube, ich brauche dafür aber... Ich bin schon mal... Gespeichert hier? Ne, ne? Das ist, glaube ich, neu. Ja, dafür brauche ich die Krafthandschuhe. Sonst funktioniert das nicht. Hm. Okay. Na gut. Dann wäre das für mich jetzt auch erstmal hier wieder abgeschlossen. Wie viele Mai-Mais haben wir denn eigentlich schon? Guck mal. Hier sieht es gar nicht immer so schlecht aus. Und hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Mai-Mai noch unter so einem Felsen drunter. Könnte ich mir vorstellen. So, dass ich da aktuell nicht rankomme. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ansonsten könnte ich das Gebiet nämlich jetzt clearen. Ist das eigentlich so, dass ich jetzt, wenn ich hier... ...den mache... ...auch eine Höhle finde? Ne. Hätte ja sein können, ne? Okay, der Part neigt sich dem Ende. Liebe Leute, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas finde. Aber ich... ...gehe stark... ...davon aus... ...warte, vielleicht könnte er auch hier drinnen sein. Das ist so scheiße, wenn man keine Waffe hat, ne? Ja, ich glaube, er ist hier drunter. Ja, ich habe den Guess, der ist da drunter. Okay, das heißt, da können wir erstmal nichts machen. Aber ich möchte noch schnell die Steine abgeben. Die Edelsteine. Äh... ...Flexwiff, genau. Das machen wir noch schnell. Und dann, würde ich sagen, geht's in die nächste Runde. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hallo, guck mal. Boah, boah, boah. Yes, please. So, zack her. Was kriegen wir Schönes? Ich bin gespannt. Hä? Monsterguts? Was ist das, Monsterguts? Äh. Ah, wir haben... Boah, was? Was? Also, wir haben wirklich nur Monsterinnereien bekommen. Oh, ist das traurig. Das ist ja sowas von traurig. Ja, das war halt sinnlos jetzt, ne? Achso, warte mal. Wir haben ja hier den Brief bekommen. Habe ich noch gar nicht markiert. Zack. Hm. Okay, Leute. Prüfe. Hier noch irgendwas? Nnennennen. Ja, hier sind auch Maimais drunter. Nene. Hier ist Weissagung. Krieg ich von denen eigentlich irgendwas? Ich dir anlabere. Nö. Okay. Schade. Ja, gut, Leute. Was können wir machen noch? Ich würde sagen... Nee, 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 nee. Geh mal weg. Hier wird nichts geklaut. Hat er mir irgendwas geklaut? Ich hoffe nicht. Alles noch da. Also, ich gehe mal davon aus, die sind auch hier wieder unter irgendwelchen Grösungssteinen, oder? Ja. Ja. Sieht mir danach aus. Okay. Gut, Leute. Äh, ich beende jetzt erstmal die Folge und würde sagen, in der nächsten Folge... Ich habe hier noch eine Markierung auf dem Boden. Sehe ich gerade. Warum habe ich hier eine Markierung? Was war denn hier drin? Ah, da brauche ich eine Fernkampfwaffe. Oder so. Nee, Bomben. Ja, stimmt. Genau, das wollte ich noch machen. Alles klar, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt Bomben. Da kann ich ein bisschen Zeit gewinnen. Gut, Leute. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder einschalten zum Link Between Words Randomizer. Ciao.